41 cm großer Dainichi Tanjo aus der Linie Super Rigidozan. Das Tanjo ist nicht so akkurat, wie er es von uns gewohnt sei. Es ist ein bisschen ufert, ein bisschen aus, gerade so im Bereich Übergang zum Schuppengleid. Ansonsten Körperform ist gut, Größe ist gut. Auf der Fisch untergebracht bis zum Versand KT2.